Seit nun drei Jahren dürfen wir dabei zusehen wie unsere Sims auf dem PC in die Sims 4 ihr Alltag meistern. Jetzt erschien auch der PC Spaß auf der PS4 und der Xbox One und natürlich stellt sich jetzt die Frage wie schlägt sich die Lebenssimulation auf den Konsolen und ist es sogar eine gute Alternative zur PC Version. Reisen wir doch einfach mal zu unserer Familie und schauen wir es uns an. Das Spiel die Sims 4 ist an sich schnell erklärt. Wir erstellen eine Familie, ziehen in eine Nachbarschaft und erfüllen die täglichen Bedürfnisse. Wie auf dem PC so auch auf der Konsole und das hat auch Erfolg. Immerhin ist die Sims das erfolgreichste und meistverkaufteste Spiel aus dem Hause EA Maxis. Doch was auf dem PC mit Maus und Tastatur super funktioniert, muss nicht zwingend auf der Konsole erfolgreich sein. Vor allem wenn man bedenkt, dass uns nur ein Gamepad zur Verfügung steht. Und das ist genau der Punkt. Auf dem PC läuft die Steuerung sehr einfach von der Hand. Auf der Konsole wiederum ist es komplizierter und mutiert zur Gedulds- und Nervenprobe. Aber auch nur anfangs, denn es ist eine Sache der Übung. Was aber bleibt ist, dass wir für die Handhabung etwas mehr Zeit benötigen, da es schon etwas dauert, bis wir mit den Sticks die passenden Gegenständen und Buttons auswählen. Erfreulich ist, dass spielerisch zwischen den Plattformen keine Unterschiede herrschen. Und stehen die gleichen Möglichkeiten offen wie auf dem PC? Selbst inhaltlich müssen wir keine Abstriche machen, denn die Grundversion der Konsolen-Version beinhaltet sämtliche Features der PC-Grundversion. Insklusive derer, die nach Release erst nachgereicht wurden. Hinzu kommt, dass auch die Konsolen-Version auf die Flut von Erweiterungen und Packs nicht verzichten muss. Zum Launch der Konsolen-Version erschien auch das Großstadtleben-Erweiterungs-Pack, das Vampire-Gameplay-Pack und das Vintage-Glamour-Accessoires-Pack. Alle drei DLCs sind im jeweiligen Store kostenpflichtig erhältlich. Auch werden alle weiteren DLCs die schon den Weg auf dem PC gefunden haben, den Weg zur Konsolen-Version finden. Und wer jetzt glaubt, inhaltlich wäre das, der hat sich geschnitten. Denn eine Gemeinsamkeit hat die Konsolen-Version mit der PC-Version gemein. Und zwar die Cheat Codes. Denn diese sind auch auf den Konsolen zu finden. Wir sehen, inhaltlich sind keine Unterschiede auszumachen. Aber wie sieht es technisch aus? Die Steuerung haben wir schon thematisiert, doch wie rund läuft die Konsolen-Version. Das Spiel kämpft hier und da mit einigen Rucklern-Popups, die auf einmal nicht mehr verschwinden oder Tutorials, wo wir ein Button auswählen müssen, das gar nicht anwählbar ist. Also von Bugs ist das Spiel nicht befreit. Hinzu kommen auch die Ladepausen, die wir vom PC auch kennen, sofern kein High-End-Rechner nutzt. So, lösen wir uns von unserer kleinen Familie und kommen wir zu unserer Wertung. Auf der Pro-Seite typischer The Sims Spielfluss. Einsteigerfreundlich mit nützlichen Tutorial-Kästchen, viele liebevolle Details. Inhaltlich gleich zur PC-Version, kostenlose Inhalte der PC-Version enthalten und der Baumodus ermuntert zur Kreativität. Auf der Kontra-Seite umständliche Steuerung, Ruckler, lange Ladezeiten und kleine KI-Aussetzer. Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 7,8 und ja, zum Vergleich, die PC-Version erhielt eine Wertung von 8,1. Mein Schlusswort zum Spiel, EA Maxis hat mit The Sims 4 eine gute Portierung auf die Konsolen verbracht. Trotz technischer und spielerischer Schwächen ist The Sims 4 auf PS4 und Xbox One eine gute Alternative zur PC-Version. Ja, Freunde der leichten Unterhaltung, freut euch, wenn ihr noch drangeblieben seid, denn wir haben hier was zu verlosen und zwar die Sims 4 für die Konsole bzw. eher für die PS4 nur. Was ihr dafür machen müsst, ganz einfach, folgt dem Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr dann auf der Seite Gleam ein paar Aufgaben erfüllen. Somit könnt ihr dann Tickets einlösen bzw. Tickets in den Lostop reinwerfen und je mehr Tickets ihr reingeworfen habt in den Lostop, somit habt ihr natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch das Spiel gewinnt. Aufgaben erwarten euch dort wie, ja schaut euch das Video an oder teilt dieses Video, folgt uns auf Twitter zum Beispiel und so weiter und so fort. Und ja, gewinnt dann halt eben dieses Spiel, nicht dieses Spiel, aber die Standard Edition. Wir schicken dem Gewinner einen PSN Key von dem Spiel und er kann es dann im PSN Network bzw. im PSN Store einlösen und dann auf seiner PS4 runterladen und loszocken. Das Gewinnspiel endet am 3. Dezember am Sonntag um 24 Uhr und bis dahin hat jeder die Chance, ja dieses Spiel zu gewinnen. Und ja, ich wünsche euch was Schönes und viel Erfolg. Ja, das war mal wieder ein Review von uns, diesmal zu Die Sims 4 für die Konsolen, also PS4 und Xbox One. Und wenn euch die Review gefallen hat, dann liked sie doch, wenn nicht, dann tut es doch ebenso und wenn ihr nichts verpassen wollt von uns, abonnieren nicht vergessen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall was, bis zum nächsten Mal. Ciao.